9. Tonio Kröger saß im Norden und schrieb an Elisaveta Ivanovna, seine Freundin, wie er es ihr versprochen hatte. »Liebe Elisaveta, dort unten in Arkadien, wohin ich bald zurückkehren werde,« schrieb er, »hier ist nun also so etwas wie ein Brief. Aber er wird sie wohl enttäuschen, denn ich denke, ihn ein wenig allgemein zu halten, nicht, dass ich so gar nichts zu erzählen, auf meine Weise nicht dies und das erlebt hätte. Zu Hause in meiner Vaterstadt wollte man mich sogar verhaften. Aber davon sollen sie mündlich hören. Ich habe jetzt manchmal Tage, an denen ich es vorziehe, auf gute Art etwas Allgemeines zu sagen, anstatt Geschichten zu erzählen.« Wissen Sie wohl noch, Elisaveta, dass Sie mich einmal einen Bürger, einen verirrten Bürger nannten? Sie nannten mich so in einer Stunde, da ich Ihnen, verführt durch andere Geständnisse, die ich mir vorhatte entschlüpfen lassen, meine Liebe zu dem gestand, was ich das Leben nenne. Und ich frage mich, ob Sie wohl wussten, wie sehr Sie damit die Wahrheit trafen, wie sehr mein Bürgertum und meine Liebe zum Leben eins und dasselbe sind. Diese Reise hat mir Veranlassung gegeben, darüber nachzudenken. Mein Vater, wissen Sie, war ein nordisches Temperament, betrachtsam, gründlich, korrekt, aus Puritanismus und zur Wehmut geneigt. Meine Mutter von unbestimmt exotischem Blute, schön, sinnlich, naiv, zugleich fahrlässig und leidenschaftlich und von einer impulsiven Liederlichkeit. Ganz ohne Zweifel war dies eine Mischung, die außerordentliche Möglichkeiten und außerordentliche Gefahren in sich schloss. Was herauskam, war dieses, ein Bürger, der sich in die Kunst verirrte, ein Bohemian mit Heimweh nach der guten Kinderstube, ein Künstler mit schlechtem Gewissen. Denn mein bürgerliches Gewissen ist es ja, was mich in allem Künstlertum, aller Außerordentlichkeit und allem Genie, etwas tief Zweideutiges, tief Anrüchiges, tief Zweifelhaftes erblicken lässt, was mich mit dieser verliebten Schwäche für das Simple, Treuherzige und angenehm Normale, das Ungeniale und Anständige erfüllt. Ich stehe zwischen zwei Welten, bin in keiner daheim und habe es infolgedessen ein wenig schwer. Ihr Künstler nennt mich einen Bürger, und die Bürger sind versucht, mich zu verhaften. Ich weiß nicht, was von beidem mich bitter erkränkt. Die Bürger sind dumm. Ihr Anbeter der Schönheit aber, die er mich phlegmatisch und ohne Sehnsucht heißt, solltet bedenken, dass es ein Künstlertum gibt, so tief, so von Anbeginn und Schicksals wegen, dass keine Sehnsucht ihm süßer und empfindenswerter erscheint, als die nach den Wonnen der Gewöhnlichkeit. Ich bewundere die Stolzen und Kalten, die auf den Pfaden der Großen, der dämonischen Schönheit abenteuern und den Menschen verachten. Aber ich beneide sie nicht, denn wenn irgendetwas imstande ist, aus einem Literaten einen Dichter zu machen, so ist es diese meine Bürgerliebe zu menschlichen, lebendigen und gewöhnlichen. Alle Wärme, alle Güte, aller Humor kommt aus ihr, und fast will mir scheinen, als sei sie jene Liebe selbst, von der geschrieben steht, dass einer mit Menschen und Engelszungen reden könne und ohne sie doch nur ein tönendes Erz und eine klingende Schelle sei. Was ich getan habe, ist nichts, nicht viel, so gut wie nichts. Ich werde Besseres machen, Elisabeta, dies ist ein Versprechen. Während ich schreibe, rauscht das Meer zu mir herauf, und ich schließe die Augen. Ich schaue in eine ungeborene und schemenhafte Welt hinein, die geordnet und gebildet sein will. Ich sehe in ein Gewimmel von Schatten menschlicher Gestalten, die mir winken, dass ich sie banne und erlöse. Tragische und lächerlich und solche, die beides zugleich sind, und diesen bin ich sehr zugetan. Aber meine tiefste und verstohlenste Liebe gehört den Blonden und Blauäugigen, den Hellen, Lebendigen, den Glücklichen, Liebenswürdigen und Gewöhnlichen. Schelten Sie diese Liebe nicht, Elisabeta, sie ist gut und fruchtbar. Sehnsucht ist darin und schwermütiger Neid und ein klein wenig Verachtung und eine ganze keusche Seligkeit.